Ich möchte jetzt zeigen, wie man ein Betriebssystem innerhalb der VirtualBox installieren kann. Ich möchte das an dem neuen Windows 8 zeigen. Genauer gesagt, die Entwickler-Version Windows 8. Windows 8 ist noch nicht erschienen, sondern es gibt eine Vorab-Version von Microsoft. Die kann man sich hier unter dieser Adresse herunterladen. Wenn man dann hierher klickt, auf Get Started, geht ein Fenster auf. Mit dieser Ansicht gibt es zwei Personen einmal. Minimum, nämlich die 64-Bit-Version und dann gibt es nochmal eine 32-Bit-Version. Ich habe die 32-Bit-Version hier gewählt, zur Installation, weil sie wenige Anforderungen an einen Computer hat. Also man kann es dann noch viel leichter auf jedem Computer innerhalb der VirtualBox ausführen. Also wenn man hier draufklickt, geht ein Fenster auf und ich kann es dann abspeichern. Ein sogenanntes ISO. ISO ist im Prinzip nichts anderes als eine CD in einer Datei. Und wenn ich jetzt hier ins Verzeichnis gehe, dann sehe ich hier jetzt einmal die fertig heruntergeladene Datei, die ISO-Datei, die ich zum Beispiel auf eine CD brennen könnte, genauer gesagt auf eine DVD brennen könnte, um sie dort dann installieren zu können auf einem normalen Rechner. Ich mache das jetzt aber in der VirtualBox. Geht sie hier auf Neu. Ich stelle eine virtuelle Maschine. Ich gehe auf Weiter. Dann trage ich jetzt hier den Namen meiner Wahl ein. Trage jetzt hier zum Beispiel Windows 8 Preview ein. Hier wird als Betriebsführung schon eingestellt. Windows Vista und hier werde ich mir jetzt aber dann wählen Windows 7. Windows 8 gibt es auch nicht, deswegen ist hier die Auswahl auch nicht vorgesehen. Ich klicke auf Weiter. Und habe jetzt hier ein paar Einstellungen vorzunehmen. Es empfiehlt sich Minimum 1024. Ich kann bei mir aber mehr nehmen, weil ich hier mehr an Arbeitsspeicher habe. Je nachdem, was du für einen Arbeitsspeicher hast, kannst du dann halt mehr oder weniger nehmen. Hier haben wir das Doppelte. 2048 Megabyte. Klicke auf Weiter. Hier eine Boot-Festplatte und Festplatte erzeugen lasse ich. Ich habe ja, wenn ich hier eine Festplatte benutzen würde, habe ich zwar eine VDI-Festplatte schon für mein Ubuntu, aber ja noch keine für Windows 8. Da habe ich nur als Installations-CD. Klicke auf Weiter. Ich habe hier mehrere Dateitypen zur Auswahl. Ich lasse aber hier die Virtualbox-Eigene, den eigenen Dateityp VDI. Klicke auf Weiter und wähle hier jetzt zum Beispiel feste Größe. Und habe jetzt hier die Möglichkeit, eine virtuelle Festplatte von der Größe her festzulegen. Stelle ich dann bei mir 30 ein. Klicke auf Weiter und auf Erzeugen. Und dann je nach Geschwindigkeit des Computers brauchst du länger oder weniger lang, bis das Ganze dann, bis der virtuelle Maschine dann angelegt ist. Nachdem, was jetzt erzeugt wurde, kann man hier auf Fertig erzeugen klicken und schon erscheint hier Windows 8 Prev. Jetzt geht es darum, für diese virtuelle Maschine die richtigen Einstellungen vorzunehmen. Ich klicke auf Ändern und gehe das nochmal ein bisschen durch und werde hier zum Beispiel EU-APIC aktivieren auswählen. Bei der Grafik-Speicher könnte man das hier erweitern. Man könnte zum Beispiel hier Windows 28 einstellen. Man kann hier auf Massenspeicher gehen und hier gilt es jetzt dann, die Installations-CD einzubinden. Da könnte man jetzt hier zum Beispiel hergehen und könnte dann entweder etwas entfernen oder es hinzufügen. Klicke hierher und wähle jetzt eine Datei für diese CD aus, die ich jetzt hier einfügen möchte. Gehe jetzt an die Stelle, wo ich die Installations-Datei heruntergeladen habe. Das ist Installations-Visor. Das ist bei mir hier herinnen. Klicke auf Öffnen. Ich habe somit jetzt hier Windows Developer Preview herinnen. Man kann jetzt diese anderen Einstellungen eigentlich belassen. Klicke auf OK. Und versuche jetzt hier mal Windows 8 zu starten. Streng genommen, die Installation. Ich werde wieder hier hingewiesen. Wenn man klickt, sehen wir, ob der Installations-Prozess dann auch tatsächlich startet. Man sieht, es tut sich hier etwas. Übrigens, Warnhinweise, da es keine andere Sprachen gibt. Klicke auf Installation. Das Betriebssystem wird jetzt installiert. Ich werde jetzt hier gefragt, ob ich die Lizenzaktion möchte. Ja, klick auf Next. Ich kann hier auf Upgrade oder Costume, Advanced gehen. Costume, Advanced wäre fortgeschritten. Klicke jetzt hier auf die normale Installations-Variante. Klicke jetzt hier auf Next. Und die Dateien werden jetzt kopiert. Und das Betriebssystem sollte jetzt langsam installiert werden. Je nach Geschwindigkeit des Computers verläuft die Installation schneller oder langsamer. Jetzt werden mal die Windows-Dateien extrahiert. Danach werden dann Zusatzprogramme installiert. Windows 8 wurde jetzt installiert. Jetzt wird das Programm dann noch einmal gestartet. Wenn ich hier auf Restart gehe, oder es wird automatisch neu gestartet. In der Virtual Box pressen die Key. Und Windows 8 wird jetzt gestartet. Ich habe hier noch diverse Einstellungen vorgenommen. Wir sehen schon Preparing. Das kann wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. Jetzt sind wir beinahe dann schon bei 100%. Skating System ready. Jetzt sind wir hier und können uns hier einen Namen für unseren Computer aussuchen. Als Beispiel, das Beispiel, die Home-VC vorgeschlagen. Ich könnte auch etwas anderes mir wählen. Ich belasse das jetzt einmal. Klicke auf Next. Ich habe jetzt Windows 8 genannt. Klicke hier auf Next. Ich nehme hier Use Express Settings. Die Humiladresse möchte ich jetzt hier keine eingeben. Also ich nehme an. Ich nehme an der Chat. Ich nehme eine Lokale Account. Wir sehen uns übernommen. Ich nehme an einen Blockaden, oder? Ich nehme an einen Blockaden, oder? dafür sollt. Jetzt bin ich auf hier. Ich nehme an den Modell. Wir sind jetzt hoffentlich soweit, dass wir in Windows 8 dann drinnen landen, bekommen. Markus, dann wird er jetzt vorbereitet, das kann also eine gewisse Zeit dauern. Wir haben jetzt hier also das Startmenü erreicht, schauen was passiert, ob ich das Fenster vergrößere, ob es dann größer wird oder nicht, das funktioniert noch nicht, weil die VirtualBox nicht ganz ausgerichtet ist auf Windows 7, wir haben jetzt hier mehr Möglichkeiten, ich klicke zum Beispiel auf das Desktop und ich schaue jetzt hier so aus, wie das normale Desktop, wie man es auch von Windows 8 herkennen, hier die entsprechenden Einträge, wenn ich nach links gehe zum Beispiel, dann könnte man da wieder Dinge machen, oder wenn man hierher geht, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mache, wenn ich hier hereingehe, komme ich dann hierher, könnte ich hier bestimmte Dinge machen, könnte auf Internet Explorer zum Beispiel gehen und würde dann vermutlich Internet Explorer starten, ich könnte dann im Internet surfen, wenn ich hier hergehe, wird das hier aufgemacht, ja, kann ich wieder zurückgehen und so weiter und so fort. Das hier ist also dann Windows 8, Windows 8 konnte man also in der VirtualBox installieren. 3 2 3 5 6 7